recht herzlich willkommen zur 39 folge von kerbal space programm ja ich habe ja die zwei mods installiert und der liebe dralo hatte mir gesagt dass die ganz hilfreich sind und ich wollte eine rakete gerade nachbauen ich hoffe krieg das hin ich habe das bild im kopf wie die aussieht das ist eine um zwei zwei nicht sondern weltraumtouristen einen hochzubringen und wir brauchen dafür einen piloten der das ganze steuert so und hier sehen wir schon was vom mod aber das ist nicht entscheidend sondern entscheidend ist jetzt dass ich hier gerade mal gucke so den einen auftrag aber auch noch sehe ich gerade ja wo bin ich denn jetzt hier unterwegs ich brauche diese beiden die sind dort zweimal dran und dann stellt sie mir gerade die frage was da drunter ist weil ich weiß dass der also hier muss ich noch auch noch benzin loswerden was ist das hier was heißt das okay keine ahnung strom ist klar was ist das untere ist das der treibstoff das ist ja dann immer das coolste überhaupt das ding geht dann durch die gegend so jetzt mal gucken mittelmaustaste ok masse monopopular 0 kg ok das ist dann diese information die da sind 8 kg monopopular ja das brauchen wir ja nicht mehr daher gesagt oder stellt sich mir nur die frage was ist als nächstes bauteil da drange gewesen weil er hat da etwas drange wort was ich jetzt gar nicht weiß was es war nein das war kein tank es war einfach nur ein bauteil weiß aber nicht welches mehr hat er das dazwischen gebaut das war das nein das war das nicht irgendwas hat der dazwischen geworden ich weiß aber nicht was ich guck mal durch hier war das nichts von weinig es war kein triebwerk oder tja gute frage hat er einfach den tank da genommen so da ist er ich glaube das war es nicht ich glaube ich bin jetzt auf dem holzweg ich würde jetzt sagen irgendwann abstand gute frage nächste frage und da hat er jetzt auf jeden fall etwas angebaut wofür das hier ist weiß ich jetzt auch nicht oh stages settings ok da kann man ganz viele sachen auswählen und jetzt habe ich es kompakt nämlich zugemacht ach so hier kann ich sagen weg ist es vielleicht habe ich das teil auch nicht was er da gebaut hat das kann natürlich auch noch sein ich mache das mal kompakt er hat da einen tank oder was dazwischen gebaut vielleicht war das auch nur ein strukturteil was gibt es glaube auch und das fehlt mir jetzt aber das ist jetzt auch nicht schlimm wir bauen jetzt einfach weiter so dieses ist das richtige triebwerk was nach oben muss glaube ich glaube er hat das dabei ne quack das nicht das dabei gehabt und dann hat er dieses triebwerk terrier gehabt weil der effektiver im vakuum ist so da drunter hat er drei von denen gebaut aber wahrscheinlich müssen wir einen dickkappler dazwischen machen und wahrscheinlich auch da so noch ein dickkappler der wird wohl da sein so dann da eins ist er den getrennt da nein hat er nicht die sind zusammen runtergekommen ich weiß nicht was dazwischen war das ist für oben und das ist jetzt für unten und da müssen drei hin so und dort muss doch ein triebwerk hin und da ist das swivel gefragt wenn das denn auch so heißt ich glaube das ist die rakete die er gebaut hat bis hier oben da ist was falsch aber hier zwischen muss irgendwas noch zwischen da weiß ich aber nicht was er da gebaut hat achso mir fehlen auch noch zwei teile und zwar die platine diese die hat er auch hier dran aber die einfach die ist jetzt doppelt rechte maustaste dann einfach und auf der anderen seite war war es das warte mal das nicht das nicht ja das muss es gewesen sein und das kommt auf die gegenüberliegende seite so gut war es das so? ich glaube ja ne so ich weiß nicht ob wir eine antenne noch brauchen aber ich baue mal eine dran ne das kann ja dann auch noch abgebaut werden das kann ja dann auch noch abgebaut werden wenn es sein muss müssen wir mal schauen so Stages mal gucken das wäre richtig so die da unten irgendwie das irgendwie nicht angezeigt wäre da drauf sehe ich das noch nicht weil ich hier gerade runter muss so da ne ok jetzt wird es auch angezeigt das ist das Triebwerk da unten wenn das leer gebrannt ist trennt er dort gut dann springt er an das kann gleichzeitig da passieren denke ich genau und dort trennt er dann wenn wir den Orbit oder sowas oder den Suborbit je nachdem was wir da brauchen nimmt und die beiden gehen dann nachher auf so sollte es eigentlich sein gut so hier ganz viele Zahlen Delta V und so weiter ok das ist der Vortrieb Glaube den man da in den Stufen erreichen kann Stufe 1,3 0,1,2,3 ja 0 ist die erste kein ah hier das ist auch eine Rampe und das ist dann wenn wir hier unten das absprengen ok und dann geht es so weiter ja gut hier unten haben wir das nochmal angezeigt Masse 8300 12955 Kilo TWR äh sagt mir jetzt nix TWR TWR war glaube oder ist Sportwagen was ihr seht das weiß ich nicht Electric Charge ist auch klar Monopopularen ah warte mal wir haben hier noch was drin das kann eigentlich raus ne so und das weg und da hat man das schon mal raus genau gut dann haben wir das erstmal jetzt muss ich nur gucken ob ich irgendwas sehe was das sein konnte was so Batterie bräune Batterie weiß ich auch nicht die könnte ich auch oben drauf auf die Nase setzen achso da könnte ich ja den Orbit erreichen indem ich dann hier eine Test-Decouple dahin mache oder? dafür müsste ich aber eine Stufe irgendwo einbauen ist der nicht angenommen? ah jetzt ist er angenommen gut der wäre da nicht sondern 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 plus auf jeden Fall erstmal da wenn ich das abtrenne ist es eigentlich schon zu spät den müsste ich eigentlich woanders abtrennen dann sonst will der dann nirgends wo rein ne? ja jetzt sag nicht er geht nur da oben hallo hallo ah jetzt hat es geklappt aber da ist er verkehrt so der müsste da hin der muss da hin und der muss eigentlich auch noch vor dem aber da muss ich steuern den muss ich dann von Hand eigentlich auslösen das müsste eigentlich dann da sein gucken wir dann ne das ist ja genau dann der dann dann war den und dann ja ich glaube so ist es muss ich aber von Hand aus lösen muss ich gucken ja das wäre dann das Teil ja eigentlich muss man gerade gucken da ist ein Ingenieur drinne den Potke oder Nalzda ne Potke nicht weil Nalzda äh Potke nicht Nalzda also da tauschen weil Potke der bessere Pilot vielleicht ist oder? antitled V1 VX mache ich mal weil das ist noch nicht fertig darunter speiche ich das Gerät mal und ja dann würde ich sagen soll es für die Runde aber auch erst reichen ich brauche einen Kommentar unbedingt wie ich es hier umbauen muss weil ich habe das Bild gesehen aber es schwebt mir vor aber ob mir da jetzt ein Bauteil fehlt oder nicht ich weiß es nicht wäre schön wenn ich das mitgeteilt kriege gut dann würde ich aber erstmal sagen recht herzlichen Dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss